Hallo! Ja, gestern war mein Geburtstag und es war ein wunderschöner Tag. Und in meiner Zoom-Geburtstagsparty habe ich schon erzählt, dass ich eigentlich so ziemlich genau vor einem Jahr damit angefangen, mein Business in ein Online-Business zu machen. Und das war eine grandiose Entscheidung und hatte viele Mutproben in sich. Also ich musste wirklich Schritt für Schritt über mich hinaus wachsen und meine ganzen Zweifel und Ängste eins nach dem anderen eliminieren. Und wenn ich damals dann angefangen habe, meine ersten Coaching-Programme zu lancieren und habe angefangen, eins zu eins mit eins zu eins Coachings zu machen und habe wirklich mittlerweile viele, viele, viele tolle Frauen begleiten zu dürfen und dafür bin ich auch stolz und dankbar und auch mega, mega happy, dass ich Zeugin sein darf von so vielen wunderbaren Verwandlungen, wo Frauen endlich sich selber gefunden haben. Das hört sich immer so blöd an, aber rausgefunden haben, um was es wirklich geht im Leben, dass wir alle Glück und Freude und Zufriedenheit in Beziehungen, in unserer Gesundheit und natürlich auch in unserem Beruf, in unserem täglichen Leben einfach jeden Moment verdient haben. Und wir sind leider von per se her überhaupt nicht ausgebildet, unterstützt, um herauszufinden, wie das Leben wirklich funktioniert. Du kriegst es nicht gezeigt in der Schule, deine Eltern wissen es selber nicht, die können auch nur immer das weitergeben und in dir sehen, das ist ganz wichtig, was sie überhaupt sehen können mit ihrer Perspektive. Und wir sind langsam bereit, mit dem zu arbeiten, was wir wirklich sind und nicht nur mit unserem Körper, mit unserer materiellen Hülle. Und dieses Wissen erlaubt es uns, ermöglicht es uns, ein tolles, grenzenloses, sorgenfreies, glückliches, gesundes Leben in Perfektion zu führen. Und zwar Perfektion, eine Perfektion heißt, ist ein Gefühl, das ist einfach etwas Fehlerfreies, es ist etwas Bedingungsloses, es ist etwas, was uns einfach zugestanden wird, dadurch, dass wir einfach sind, was wir sind, was wir nicht erarbeiten müssen, was wir nicht tun müssen, was wir nicht handeln müssen, was wir nicht kontrollieren müssen, sondern was wir sein müssen. Wir müssen lernen, unsere Perfektion zu spüren, zu fühlen, zu sein und das Ganze in allen Bereichen unseres Lebens auf die Straße zu bringen, egal was das Außen tut und sagt, denn das Außen ist eine Reflexion von uns. Und wenn wir uns dessen sowas von bewusst sind, wissen wir auch, dass wir Politik so beeinflussen können, dass wir Gemeinderegeln so beeinflussen können, dass wir alles so beeinflussen können. Aber dazu müssen wir uns klar und bewusst sein, wer sind wir, wie kommen wir an diesen Kern unseres Seins, unseres Essen heran und wer ist der andere, der analytische Verstand, der da so plappert und was will der von mir und was will meine Vergangenheit von mir und was darf ich selber entscheiden. Und ich sage, jeder darf alles selber entscheiden. Jeder darf sich jetzt in diesem Moment von allem befreien, von allen Storys, allen Erinnerungen und allem, was jemals in der Vergangenheit war. Es gibt keinen Grund, es gibt keine Auflage, zu glauben, dass wir eine lineare Entwicklung durchmachen müssen. Es muss nicht sein, dass wir das und dann müssen wir das aufbauen und dann müssen wir das festigen und dann müssen wir das festigen und Schritt für Schritt, kleine Schrittchen nehmen. Das müssen wir eigentlich nicht tun. Was wichtig ist, ist eine klare Vision von uns und in unserer Zukunft zu haben. Und oftmals fällt es halt so schwer, diese Vision zu haben, uns diese Vision zu erlauben, uns diese Vision überhaupt nur vorstellen zu können, uns vorstellen zu können, dass wir, wir, dieser Körper, dieses Sein, das ja eigentlich in der Vergangenheit so war, plötzlich in der Zukunft ganz anders sein kann. Und da ist der Hemmschuh dahinter und da sind einfach diese Dinge, die aufgeräumt gehören, wo ich immer sage, gut, das ist der Prozess. Eigentlich kannst du von einem Moment zum anderen genau das sein, was du willst und so stark in diese neue Energie kommen, in der du sein willst, die deine Zukunft, dein zukünftiges Ich ausmacht, das nur noch ausbeamen, während du zuschaust, wie dein Umfeld sich verändert. Aber dass das nicht so einfach geht, liegt einfach daran, dass wir unseren Verstand ins Boot bringen müssen, weil unser Verstand will immer wieder zurück in die alte Leier, der will immer wieder zurück ins Bekannte, weil er das ja kennt und sich dort sicher fühlt. Weil dieser Verstand noch nicht kennengelernt hat, wie es ist, im Unbekannten zu leben, wie es ist, im Energetischen zu kreieren und dann das Materielle zu haben und zu leben. Das muss der Verstand erst lernen und der ist eben hier in diesem materiellen Körper drin und halt rigide. Und diesen rigiden Analytiker, der ein Teil von uns ist, den müssen wir einfach dazu bringen, dass er neu denkt und handelt, so damit unser Körper, der nächste rigide materielle Teil, auch neu fühlen kann. Das ist einfach eine Kombi. Und dazu haben wir Zugang über unser Wissen. Weil was wir wissen, wenn wir wissen, wir müssen meditieren, was in der Meditation passiert, dass wir dort kreieren, welchen energetischen Raum wir dort einsteigen, das erlaubt uns das dann zu tun. Wenn wir wissen, dass da mehr ist, außer Körperliches, Materielles, wenn wir wissen, dass wir kein Objekt sind, wenn wir wissen, wenn wir wirklich einfach wissen, um was es geht und das jeweils immer spüren und erfahren können in uns. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Meditation ist nur ein Tool dazu. Wenn wir in diesen Dialog mit uns und mit unseren kreativen Fähigkeiten, Kreationsfähigkeiten treten, dann können wir diesen Schritt von einem Ich zum anderen Ich machen. Und das bedeutet, wir müssen alles, was uns davon trennt, diese Neupersönlichkeit sein, entfernen. Und dass wir etwas loswerden können oder loslassen können, da ist es manchmal einfach notwendig, dass wir erkennen, was uns noch im Weg ist. Erkennen heißt nicht wiederleben, sondern erkennen heißt verstehen. Und verstehen ist etwas, was unser Verstand, ein Anspruch, den unser Verstand hat, der will es einfach verstehen, der will es einfach wissen, der will einfach wissen, warum ist es so. Und wenn ich das nicht irgendwie verstehen und wissen kann, auf eine Art und Weise, die für mich persönlich einleuchtend ist, dann sträubt es sich gegen mir, dann kann ich diesen Schritt nicht gehen, dann kann ich da nicht raus. Ich muss irgendwie schaffen, dass ich da hinkomme, dass ich sage, ja genau, so kapiere ich es. So macht es für mich Sinn. Jetzt ist es richtig, das zu tun und jetzt tue ich das. Und klar, das ist ein bisschen ein Hin und Her, oder? Dann machst du einen Schritt und dann kommt das Nächste, dann zögerst du wieder. Und das ist eben das, was ganz schwierig ist, hier diese Linie nicht zu verlassen und einfach zu sagen, ja, das ist mir egal, wenn ich scheitere oder wenn ich vielleicht mal einen kleinen Umweg gemacht habe. Diese Linie will ich einfach nicht verlassen, weil hier ist mein Ziel. Ich weiß, es ist da und es zieht mich an, weil alles ist möglich. Das ist auch etwas, was du einfach erst mal grenzenlos akzeptieren musst. Und das, was du kennst, nicht alles das, was möglich ist, das, was man dir sagt, nicht, dass das alles ist, was möglich ist, das, was du bis jetzt erfahren und gesehen und gehört hast, dass das nicht das alles ist, was möglich ist, sondern dass es da unendliche Möglichkeiten gibt. Und dieser Prozess ist nicht einfach alleine zu gehen. Und deswegen habe ich mich jetzt in meinem neuen Lebensjahr in dem nächsten Schritt dazu entschieden, Gruppencoachings zu machen. Und zwar, ich habe jetzt ein Jahr lang Einzelcoachings gemacht und das war super. Sie gingen auch nur zwei Monate. Ich habe gemerkt, diese zwei Monate, die einen schaffen es dann nachher wirklich im Rollen zu bleiben, die anderen bräuchten noch mehr Begleitung und vor allem nicht nur von mir, sondern auch zu sehen, wie andere Erfolge feiern. Das ist eines dieser wichtigen Dinge, die ich auch sehr, sehr schätze, dass man sich verbindet und dass man sieht, hey, jetzt habe ich mich überwunden, ich habe was geschafft, komm, jetzt kommst du. Das hat so viel Kraft dahinter, dass wir einfach uns immer wieder bestätigen, nicht nur selber, weil wir sind immer gut und richtig, aber leider brauchen wir halt das vom Außen auch und außerdem fühlt sich das riesig gut an, wenn wir uns gemeinsam feiern und fühlen und wohlfühlen und uns gegenseitig bestätigen. Und so ist es einfach, dass diese Coachings-Programme, die ich jetzt mache, jetzt komme ich ganz klar auf den Punkt, zwar sind die drei Monate. Drei Monate ist eine Einheit. Diese erste Einheit, die fängt jetzt im August an. Die erste Einheit geht August, September, Oktober. Wobei dort enthalten ist ein persönlicher Retreat und zwar Freitag, Samstag, Sonntag, drei Tage an einem Ort, wo es schön ist, an einem Ort, wo es warm ist, an einem Ort, wo wir uns wohlfühlen können und ich habe ihn für euch gefunden. Und dieser Ort wird Mykonos sein. Ihr habt meine Bilder gesehen, es ist also eine wahnsinnig tolle Energie dort. Die Menschen, die Leute, das Wetter, das ist großartig. Und es wird Ende September ein drei Tages persönlicher Retreat geben in Mykonos. Das ist Teil dieses drei Monatsprogramms. Dann geht es weiter. Nächste drei Monate Einheit, die ist dann November, Dezember, Januar. Die endet im Januar mit einem Luxus-Retreat hier bei mir im wunderschönen St. Moritz, einem Schnee-Retreat. Also Luxus nicht in dem Sinne, dass das jetzt irgendwie so super hyper glamour ist, sondern eine neue Perspektive des Luxus. St. Moritz hat ja diesen Ruf, oh, nur für die Reichen und alles so super teuer und so weiter und so fort. Billig ist es nicht. Aber wer will schon billig? Sondern es muss deiner Energie entsprechen. Und das zeige ich dir hier, dass es nicht wahnsinnig viel Geld kosten muss, diese Energie, diese Sonne, diese klare Luft zu erleben mit dem Schnee. Und da werde ich hier vor Ort bei mir einen wunderschönen Schnee-Retreat organisieren. Die Leute, die schon Schneesport machen, die können das auf jeden Fall ausüben und diesmal probieren wollen. Hier Patricia, Ski- und Snowboardlehrerin, wieder on track. Zwei Jahre lang konnte ich es nicht machen. Und jetzt feiere ich das mit euch, mit meinem ersten Snow-Retreat hier im Engadin. Da freue ich mich riesig, mit euch auf die Ski zu gehen. Wer Lust hat, sei es Alpin oder sei es Langlauf. Ja, und dann geht es weiter. Die nächste Einheit, Drei-Monats-Einheit, Februar, März, April. Und du kannst erst mal dich für drei Monate verpflichten und sagen, ja, ich mache jetzt einfach dieses Drei-Monats-Programm. Nachher überlege ich mir, ob ich noch mal drei Monate dranhänge und danach noch mal drei Monate oder du kannst dich schon von vornherein für drei Monate entscheiden oder für sechs Monate, für sechs Monate, respektive neun Monate entscheiden. Je länger du dich natürlich festlegst, desto günstiger wird es komplett. Logisch, wie bei allem, oder? Das Pricing. Und was beinhaltet das Ganze? Das Ganze beinhaltet eben viel, viel mehr als die Einzelcoachings. Und zwar beinhaltet das Einzelcoachings und Gruppencoachings. Und zwar bekommst du ein Einzelauftragscoaching. Du bekommst zwei Gruppencoachings pro Woche und dazu noch ein Einzelcoaching jeden Monat. Steht dir zur Verfügung. Das kannst du mit mir vereinbaren. Aber du kannst auch permanent mit mir in Kontakt sein per WhatsApp. Das hat sich super toll bewährt. Per WhatsApp, Sprachnachricht, Textnachricht, Videonachricht. Ich stehe total auf Videonachricht. Kannst du mich fünf Tage die Woche erreichen? Du kannst es immer abschicken. Du wirst immer innerhalb nützlicher Frist an Bord bekommen. Aber da schütze ich mich auch. Meinen Raum. Wenn ich Zeit habe, antworte ich dir sofort. Wenn ich gerade beschäftigt bin oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich gerade halt keine Zeit habe, dann kriegst du vielleicht in einer Stunde oder zwei Stunden eine Antwort. Aber ich bin da für dich. Und wenn es dringend ist, dann kannst du mir das auch schreiben. Dann werde ich natürlich schauen, dass ich möglichst schnell bei dir bin. Aber so hat es bis jetzt immer super, super funktioniert. Alle sind da total happy und wissen, ja, sie können sich melden, sie sind da, sie stören auch nicht. Und das ist mir wichtig. Und dieses Programm habe ich so zusammengestellt, wie das für mich toll wäre. Wie das für mich, wo ich sagen würde, wow, wenn ich das damals gehabt hätte, dann wäre meine Gesundheit so viel schneller gegangen. Dann wäre ich so viel schneller happy geworden. Dann wäre ich so viel schneller die Person geworden, die ich sein will und in der ich mich wohlfühle und die einfach happy ist und ihr Leben liebt und kreiert und glücklich ist und ihre Mission oder Vision oder ihren Wert rausgibt. Und das ist nochmal das nächste Thema. Es ist nicht so einfach, seinen Wert zu beziffern und zu sagen, wie viel ist es wert? Und da zu überlegen, okay, wie viel kann ich dafür verlangen? Wie viel ist das Ergebnis, das du dann bekommst, wenn du drei, sechs oder neun Monate mit mir arbeitest? Wie viel kann dir dieses Ergebnis wert sein? und glaubt mir, ich bin Marktforscherin. Das ist eigentlich meine Business-Kernkompetenz, oder? Marktforschung, Marktanalyse und ich habe den Markt analysiert und es ist Wahnsinn, was da mittlerweile Coaches an Preisen verlangen. Es ist wirklich unglaublich. Also drei Monate 30.000, acht Monate 80.000 habe ich angeboten gekriegt. Alles irgendwie vor dem Hintergrund. Ja, und wenn du das machst, dann änderst du dein Mindset und dann verdienst du selber so viel Geld und so weiter. Das ist absolut gut möglich. Aber um was es mir wirklich geht, ist, dass du nicht nur in deinem Business-Erfolg hast, sondern dass du dich in dein Leben verliebst. Dass du keine Angst hast vor der Zukunft, dass du keine Angst hast, überhaupt dein Leben in vollen Zügen zu leben und zu genießen. Und da kommt gleichzeitig dazu, dass du alle Schotten öffnest und dass dein Körper als Instrument deines Bewusstseins gut, heil und perfekt wird. Dass du alle Schotten öffnest, dass du dein Herz angstlos öffnen kannst, dass du dich freuen kannst, dass du bedingungslos sein kannst, dass du verzeihen kannst, dass du deine Vergangenheit loslassen kannst und dass du nachher wirklich als diese neue Person rumläufst, die sich nicht mehr daran erinnert, wie es war, mit dem alten Ich durchs Leben zu laufen. Um das geht es mir. Und das mit dem Business, das gehört dazu, das mit den tollen Partnerschaften, das gehört dazu. Aber du musst diese Person sein, die sich all das erlaubt. Und diese Wertgeschichte im Business, die zeigt sich natürlich klar eins zu eins mit dem Selbstwert. Und auch hier musst du deinen Verstand dazu bringen, zu erkennen, an was dein Wert in Geldenergie festgemacht werden kann. Und das ist immer eine einzige und persönliche Entscheidung. Und ich bin mir ganz sicher, dass mein drei Monatscoaching locker 30.000 Euro wert wäre. Ganz, ganz einfach. Da hätte ich eigentlich auch überhaupt kein Problem damit, das zu verlangen. Aber dann überlege ich mir auch, wo ist die Waage im Moment für mich? Wie viele Leute will ich aus welchem Bereich mitnehmen? Und für mich im Moment ist es stimmig zu sagen, drei Monate kosten 10.000 Euro mit dieser super intensiven Betreuung. und du hast das Retreat dabei, allerdings ohne Reisekosten respektive ohne Unterkunft, aber du hast Verpflegung dabei, exklusiver Alkohol von dem Retreat. Also wenn ich jetzt über Mykonos spreche, das ist günstig, dorthin zu fliegen. Ich habe jetzt in der Hochsaison 200 Euro bezahlt, also darauf kommt es nicht an. Und wie gesagt, zwei Coachings in der Woche, super intensiv. Einzel Coaching, Anfang der drei Monate, jeden Monat, noch für dich selber ein Einzelcoaching, Austausch in der Gruppe, tägliches, Fragen beantworten, bis auf Wochenende, sage ich eben, habe ich jetzt mal ausgenommen, aber wenn ein Notfall da ist, dann bin ich da, ihr wisst es ja, oder ihr habt ja schon gesehen, es ist meine Mission und ich will so, so unbedingt, dass ich keine Frau auf dieser Welt und auch kein Mann auf dieser Welt irgendwie schlechter, handikapiert, weniger wert oder sonst irgendwie, aus irgendwelchen Bedingungen, Begründungen, Storys, Erfahrungen, Geschichten her, auch nur ein bisschen von seiner Perfektion abgetrennt fühlt. Weil das muss nicht sein, das ist nicht gewollt, das ist für niemanden gewollt. Es ist egal, jetzt, jetzt, jetzt kann jeder Perfektion sein, Perfektion leben, Perfektion fühlen, sehen und das einfach spüren, was wirklich, wirklich, wirklich gemeint ist damit, dass wir jetzt hier sind und was gemeint ist damit, dass wir uns so weit entwickeln und öffnen, unser Bewusstsein erweitern, wie man das so schön sagt, aber einfach mal nur bewusst werden und erkennen, worum es geht und dieses Geschenk, der Lebensfreude weiterzugeben und nicht diese Angst, der Einschränkung, der sich unterdrückt fühlen, der nicht respektiert fühlen und all diese wahnsinnigen Gefühle, die da rumkleben an uns, dass wir uns erlauben, diese Gefühle loszulassen und da bin ich wirklich, das ist absolut meine Mission und warum? Weil ich selber so gelitten habe und nicht mal nur wegen der Krankheit, weil die Krankheit war ja nur eine Manifestation meines jahrelangen Bewusstseinszustands und meines Seinszustands und meiner Ansicht über mich selbst, über das Leben, über wie das Leben funktioniert. Das war ja quasi die Spitze des Eisberges war es, dass es mir so elendlich ging und dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und dass ich diese kaputte Hüfte hatte und ja, sehr lustig, oder? Eigentlich wäre ich jetzt hier mit sämtlichen Operationen und Prothesen, wer das trotzdem gemacht hat, diesen Weg gegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache das und ich lasse mich operieren und so weiter und so fort, es ist egal, wo du jetzt bist, ob du nach der OP, vor der OP, nach der Scheidung, vor der Scheidung, im Business, nach jahrelangen einigermaßen hinkrebsen, im Neuanfang für das Business, neu in eine Partnerschaft reingehst, es ist völlig egal, wo du anfängst, es ist wie beim GPS. Du musst dich einfach entscheiden und sagen, hier ist mein Standort, da möchte ich hin, gibst dir ein, wie komme ich dorthin und verfolgst die Route. Verfolgst die Route und wenn du dich irgendwann mal verfährst und das GPS sagst, ja, du musst einen U-Turn machen und wieder zurückfahren, dann machst du diesen U-Turn und nimmst wieder die richtige Richtung auf und schaust nicht zurück, oh, wo bin ich falsch gefahren, warum bin ich falsch gefahren, welchen Fehler habe ich gemacht, wer ist denn schuld, ist vielleicht jemand anders schuld, war da eine Baustelle, bla bla bla, das muss dich nicht interessieren, dich muss interessieren, wo bin ich jetzt und wo will ich sein und das, was da dazwischen liegt, wie kann ich das möglich schnell zurücklegen, diesen Weg, damit ich hier von hier, von diesem neuen Seinszustand aus einem so großartigen Gefühl heraus noch so viel bewirken kann für mich und für andere und für das Leben, wenn es das nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht, für mich ist das einfach das Allerwichtigste, was ich tun, machen und sein will, hier in diesem Moment und im nächsten Moment und im nächsten Moment, ich will da sein als Katalysator, um Vorbild zu sein, den Weg zu öffnen und zu sagen, ja, jeder kann das tun und es muss für mich auch okay sein, Geld dafür zu nehmen, weil sonst stimmt die energetische Balance nicht, es stimmt einfach nicht, wenn du zu wenig deinen Wert energetisch ausbalancieren lässt mit Geld, weil das ist halt nun mal die manifestierte Energie, die hier für uns herrscht, dann kommt eine Disbalance und Disbalance, Disharmonie ist einfach die Ursache allen Übels und diese Disharmonie war auch ein großer Grund, diese finanzielle Disharmonie, die in mir war, die ich gespürt habe, war auch ein großer Grund, der weiter dazu beigetragen hat, dass sich irgendwann man bewegungslos wurde, weil es kann nicht sein, dass ich Betriebssicher studiere, Consultings mache, Coachings mache und ein Hotelpacht führe, für die Gäste zur Verfügung stehe, für meine Mitarbeiter, unglaublich tolle Prozesse und Abläufe erschaffe, implementiere, überwache für mich und für andere und so wenig dafür bezahlt bekommt und das war auch vorher in meinem Business Consulting Leben einfach so, dass ich mich nie habe anständig bezahlen lassen oder Angst, dass es niemand nimmt. Aber es war ja logisch, weil ich mir nicht dessen bewusst war, dass es wert ist nicht bewusster. Jetzt in der Retro-Perspektive, wenn ich die Ergebnisse anschaue und in welcher Zeit ich diese Ergebnisse immer erschaffen habe, muss ich sagen, das gibt es gar nicht, dass mir das nicht bewusst war, aber es war mir einfach nicht bewusst. Ich habe immer nur geschaut, oh mein Gott, wieso verdient der mehr und der braucht so lang und der, das ist ja absolut uneffektiv und nicht effizient, wie der arbeitet und ich habe mich immer nur schlecht gefühlt und habe gedacht, oh mein Gott, wieso sieht niemand, dass ich so schnell bin und dass ich das so gut mache und die Qualität meiner Arbeit und saß da, mi, 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 piep, piep und habe immer nur gedacht, wieso kriegen die anderen mehr Geld, die machen es doch alle viel schlechter. Warum sieht es keiner? Ja, weil ich es nicht sehe. So einfach ist es. Was du nicht selber in dir siehst und was du in dir selber nicht bist, das kannst du nicht zurückbekommen und alle, die da draußen, die dir die Reflexion geben für das, was du bist, die sind nur von dir und deiner Energie angestiftet. Wir haben die Macht, jeder von uns hat die Macht, sein eigenes Leben perfekt zu machen. So, jetzt habe ich doch wieder total lang geredet. Ja, wenn du Interesse hast an dem Programm, wenn du sagst, ja, bin ich cool, finde ich eine tolle Idee. Ich habe die, ich möchte immer nur 20 Leute, damit ich das wirklich gut betreuen kann, maximal 20 Leute, nach 20 Leuten ist wirklich Schuss, dann nehme ich niemanden. Ich nehme 20 Leute mit und wie gesagt, du kannst drei Monate beginnen. Der Aufpreis für die nächsten drei Monate ist natürlich dann ein bisschen höher, als wie wenn du sechs oder sogar neun Monate im Voraus buchst und sagst, diese Zeit gebe ich mir und danach, pam, will ich sowas von alleine mich coachen und alleine die Reise gehen und meine Leute mitnehmen. Meine Leute, mein Umfeld, mein Leben, ja, ausfüllen mit mir. Ausfüllen mit mir und dadurch, dass ich ich bin und dass ich so viel größer werde, kann ich eben auch so viele Leute wieder ich anziehen, ich inspirieren und es ist egal, wie du das machst, ob du das privat machst mit deiner Family, ob du das in deinem Business machst oder ob du das angestellt machst, es ist völlig egal. Das, was du bist, wird dir alle Türen in ein grandioses Leben eröffnen und was willst du denn mehr als gesund, fröhlich, glücklich und sicher sein? Ob das jetzt auf diese Art funktioniert oder auf diese Art mit diesem Job oder sogar mit diesem Partner oder jenem Partner, eigentlich kommt es auf das doch gar nicht drauf an. Es geht drauf an, dass du morgen aufschießt und sagst, Hurra, Leben, was hast du für mich heute? Das ist es doch. Darauf kommt es an. Okay, du weißt, was du dich findest. Wenn du Lust hast, einsteigen kannst du in das erste Modul den ganzen August. am besten du fängst am ersten August an, dann hast du wirklich am meisten davon. Ansonsten, wenn du ein bisschen später einsteigst, musst du halt näher aufarbeiten, aber ist auch möglich, weil wenn du eine Entscheidung getroffen hast und wenn du dann weißt, wo du landen willst, dann gehst du einfach und dann weißt du, dass sich der Weg eröffnet mit der Entscheidung. Und diese Entscheidung kannst du treffen, wenn du dabei sein willst mit uns, mit mir. Freue ich mich und von dir zu hören und in diesem Sinne alles Liebe und Happy Days! Bye, bye! Tschüss! Tschüss!